liebe freunde hier auf dem kanal vom pvp ok servus grüßt euch schön dass wir uns jetzt wieder sehen heute mal nicht mit der facecam im hintergrund weil sonst müsste ich umstöpseln auf dem anderen pc und die leitung umlegen das wäre jetzt alles ein bisserl zu viel ja ich möchte euch aus meinem hobby von meinem funkempfang möchte ich euch heute wieder etwas neues zeigen neu in dem sinne dass es ein neues programm ist was ich gefunden habe über die empfangstechnik habe ich schon mal berichtet das schöne hier an dem neuen programm man nennt es quirks sdr dieses quirks gibt es glaube ich schon seit längerer zeit aber nicht ausgelegt für diese empfangs optionen die wir jetzt haben und zwar werde ich natürlich auch diese diesen link werde ich natürlich auch in die video beschreibung setzen dann könnt ihr das alles anschauen nachlesen so dieses quirks programm ja arbeitet zusammen mit dem rtl stick mit dem 820 ja natürlich gibt es andere sticks auch von noxon und was weiß ich nicht welche hersteller hier momentan wieder neue sticks rausgebracht haben es ist auch möglich mit dem sdr play und zwar da mit dem rsp 1 mit dem rsp duo zu interagieren das heißt also man müsste dann keinen rtl stick verwenden sondern man könnte den sdr play verwenden laut hersteller dieses programms ist angedacht eine version herauszubekommen die es dann auch ermöglicht mit dem sdr play rsp dx zusammenzuarbeiten momentan geht es bei mir nicht laut der beschreibung auf der homepage seite ist auch der rsp dx nicht aufgeführt aber ich weiß vom hersteller des programms dass hier eine neue version irgendwann entwickelt wird ich weiß nicht wann wie lang es dauern wird bis ein update kommt bis dann auch der sdr play rsp dx mit dem programm betrieben werden kann ich habe momentan meinen rtl stick angesteckt und jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz rein also wichtig ist für euch auf jeden fall leute schaut euch den quick start good an das ist also wirklich wichtig denn es sind verschiedene sachen aufgelistet die ihr beachten müsst damit dieses programm auch fehlerfrei arbeitet ihr könnt adsb empfangen das heißt also den flugfunk sprich ihr könnt sehen welche flugzeuge in euren umkreis sich bewegen wie hoch sie sind welche flugzeuge es sind die registriernummer die flight und so weiter und so fort ich finde verwende dazu momentan eine normale scanner antenne die ist ungefähr zwei meter über den first montiert dazu habe ich extern einen verstärker angeschlossen für die frequenz von 10 90 megahertz das ist die frequenz wo adsb arbeitet und wir zu den einzelheiten kommen noch dazu jetzt schauen wir erst einmal was hier in dem auf dieser seite auf dieser homepage dargestellt wird ihr habt also nicht nur die möglichkeit adsb zu empfangen ihr könnt also auch wesentlich mehr empfangen ihr könnt dab radio empfangen fm empfangen wfm nfm ssb und das ist natürlich schon eine ganze masse wo man jetzt hier betreiben kann ihr könnt bei dab radio könnt ihr euch die stationen in der map anzeigen lassen dazu bedarf es aber noch auch einer datenbank die runtergeladen werden muss und die installiert werden muss das ist ja für die die sich auskennen nicht schlimm und vor allen dingen die alles hier schön in englisch lesen können dürfte das dann auch kein problem sein ansonsten ja müsst ihr euch wirklich durch fieseln was man dazu alles braucht ganz so einfach ist es nicht ich hatte bei der installation des programmes hatte ich ein problem ich musste es zweimal installieren vielleicht habe ich irgendwo ein fehler gemacht dass ich irgendein ein fenster nicht gesehen habe wo ich hätte auf ok klicken müssen ich weiß es jetzt nicht auf jeden fall war das ein bisschen friemelig ist aber zum schluss sehr gut gegangen man kann es ja so oft installieren wie man will bis es irgendwann funktioniert und passt ja ansonsten steigen wir jetzt einfach mal ein in die erste möglichkeit die wir haben hier etwas zu empfangen ich lege jetzt die seite hier einfach mal auf die seite und wir gehen jetzt mal auf nein da gehen wir nicht hin wir gehen jetzt hier auf nein auch nicht da gehen wir hin aufs zahnrädchen also wenn ihr das programm dann gestartet und euren rtl stick dran habt dann wird bei euch ihr müsst also hier dementsprechend den receiver eintragen also hier ist es der rtl sdr stick hier ist der rspx ja leider ich hatte gedacht bei dem rspx rspx das x steht für alle variationen dieses sdr play gerätes dem ist aber nicht so also wie gesagt der rspdx kann mit diesem programm momentan noch nicht zusammenarbeiten und es gibt natürlich noch die möglichkeit mit dem rspx zusammenzuarbeiten wer den verwendet und das sind nicht ganz wenige ja und wenn wir das erste machen möchten dass wir uns der dem adsb empfang widmen dann müssen wir darauf achten es muss hier der richtige empfänger drin stehen also mit dem dieses programm zusammenarbeitet in dem fall jetzt der rtl stick aktivieren können wir hier drei empfangs modis momentan wobei wir aber innerhalb dieser eigenen eigenständigen modis wieder umwechseln können auf andere da kommen wir noch dazu das wird also ein mindestens zweiteiliges video dann müssen wir folgendes beachten die sampling rate wenn wir empfangen wollen adsb dann müssen wir hier unsere zwei millionen drinnen haben und nicht die 20 48 ne also es geht nur mit zwei millionen die anderen programm oder die anderen empfangs versionen stehen hier auf zwei millionen 48.000 ne dann haben wir die bandweite mit 8 das passt hier auto start auto stop wir haben wir haben die ip adressen die ports nummern die device idee index also device 0 device 1 device 2 und die remote start ports dann habe ich logging info angemacht war einen error fatal das habe ich noch nicht ganz durch gecheckt ist aber momentan auch nicht gerade das wichtigste um das programm zum laufen zu bekommen dann habe ich hier search gnss port on startup habe ich einfach mal angeklickt muss ich nachlesen kann ich euch jetzt zu den gns port nichts dazu sagen gut dann machen wir einfach mal okidoki okidoki dann sagt er wir sollen den receiver neu starten ok muss man nicht aber es gibt situationen wo sich mal entweder der stick vielleicht aufhängt oder das programm aufhängt wenn man also zu viel umeinander herum klickt in den einzelnen fenstern hier dann kann es schon mal dazu kommen dass das programm nicht mehr möchte dann sollte man das programm runterfahren den stick vom usb kabel trennen neu anstecken und das programm neu starten und dann läuft auch wieder alles einwandfrei so wir wollen jetzt unser adsb wir sehen jetzt hier wir könnten db machen am nfm wfm ssb adsb so wir wollen adsb so das ist das erste fensterchen hier oben adsb wir klicken auf diesen blauen pfeil dann starten wir dadurch das modul welches sich dann mit dem rtl zusammentut und wir sehen hier oben den empfang r 820 t das ist mein stick und jetzt sollte eigentlich sich das fenster öffnen wenn es selbstständig nicht macht dann klicken wir hier drauf dann sollte sich eigentlich öffnen oder wird jetzt schieben sie hier runter machen wir es halt so dann sehen wir hier schon einmal das signal auf 10 90 megahertz und das pegelt sich ja selbstständig ein weil das programm automatisch diese frequenz wählt im rtl stick beziehungsweise im str play wenn wir dieses programm starten und öffnen wir haben dann fangen wir mal hier an connection wir sehen mit was ist er verbunden mit dem rtl die adresse den port puffer data bytes und die sampling rate dann recorder wir könnten die ganze sache aufzeichnen wir haben hier den stick den 820 t hat der bandweite jetzt momentan hier von 2030 kilohertz steht auf lsb wie es ausschaut und dann haben wir sehen wir hier auch den gain mit dem habe ich mich jetzt hier noch nicht befasst da wäre also hier noch die möglichkeit nur das set macht jetzt nicht auf wahrscheinlich 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 wegen irgendwelchen anderen sachen wo ich jetzt nicht gerade weiß aber dieses set fenster öffnet sich warum es jetzt nicht öffnet weiß ich nicht keine ahnung macht aber auch nichts wir haben hier auch nichts weiter zu verstellen wir können auf die settings gehen wir können agc on oder off machen wir können dann den gehen selbstständig regeln und da haben wir die correction also das heißt also wenn jetzt der stick oder der empfänger nicht hundertprozentig auf der trägerwelle wäre auf der frequenz wäre dann könnten wir hier den frequenz versatz eintragen und das schöne ist wer eine antenne angeschlossen hat wo er das beastie verwenden kann das bedeutet dass die dass die antenne ja einen einen verstärker hat dieser verstärker wird über das antennenkabel gespeist über über das empfangsgerät also zum beispiel beim str play ist es die antenne nein ist es die antenne b da kann man also das beastie dazuschalten das heißt also wenn ich jetzt einen externen verstärker an der antenne hätte oder antenne mit verstärker habe der über die antennenleitung gespeist werden kann dann dann stöpsel ich das beim str play auf die antenne b und tue hier bst on schalten dann wird der verstärker mit strom versorgt und ich habe einen entsprechenden empfang ich habe hier das weggelassen weil ich ja über den rtl stick gehe und einen externen verstärker angeschlossen habe der auch extern mit strom versorgt wird also ich brauche dieses bst nicht aber es ist schön dass es in dem programm drinnen ist dann haben wir hier verschiedene möglichkeiten bezüglich einstellungen wie man den wasserfall sieht nur diese sachen darstellt das könnt ihr euch selber ausprobieren ist eigentlich alles beschrieben und bedarf eigentlich auch keiner weiteren erklärung denn jeder der mit solchen programmen bereits gearbeitet hat findet in der regel bei vielen anderen programmen so in etwa dieselben möglichkeiten hier den die farbe des wasserfalls einzustellen und so weiter zu zoomen nicht zu zoomen etc ja also das soll es mal für die einstellungen hier gewesen sein und vor allen dingen was man also auch hier sieht wir können also dementsprechend das fenster jetzt erst einmal zu klappen und wir gehen jetzt mal auf die map die map ist hier oben steht auch dort show map machen wir die auf gehen auf diesen pfeil dann macht er die map auf und dann sehen wir die flugzeuge im umkreis kommt natürlich auf den standort drauf an kommt auf die antenne drauf an es gibt natürlich auch noch eine explizit externe antenne für den genannten bereich von 10 90 megahertz die ist natürlich dann genau abgestimmt auf diesen frequenzbereich und könnte ja wenn sie hoch genug montiert ist einen sehr guten empfang bieten ich habe so eine antenne aber ich habe sie momentan nicht montiert vielleicht werde ich sie mal wieder montieren denn ich habe meine scanner antenne die ist zwar nicht hundertprozentig für den frequenzbereich ausgelegt aber eigentlich langt es mir ohne große mühe hier auch flugzeuge zu empfangen im umkreis von ich sag es jetzt mal wie es ist hier ist mein standort direkt an der tschechischen grenze also ich komme bis knapp vor berlin im norden ich komme im westen bis nach frankfurt im osten komme ich fast bis nach prag und im süden komme ich hier locker bis nach innsbruck runter näher locker sagen wir mal das ist dann auch so die äußerste grenze der empfangsbereich wir können jetzt hier nochmal zu machen und machen das hier auf unser adsb fenster und wenn du mal wir können das ja auch zulassen und machen das einfach so ne so ähm das machen das machen muss mich erst einmal daran gewöhnen das ist die map ähm na jetzt machen wir das fenster doch nochmal zu und machen sie so auf nein so nicht wo ist es denn jetzt da ja das ist manchmal ein bisschen twiggy das richtig zu erwischen schaffen wir aber alles und wir sehen jetzt hier zum beispiel die auflistung der flugzeuge den balken können wir wegen überschieben und wenn wir dann hier auf dieses flugzeug drauf gehen wir sehen ist türkisches türkische maschine die registration die ehrkraft nur ist eine boeing und so weiter und so fort wir haben hier den ik o id nummer das ist also eine nummer die für jedes flugzeug ja existent ist aber nur ein einziges mal und diese diese ik o nummer bleibt an dem flugzeug bis es verschrottet wird somit ist also aus dieser nummer heraus ist auch die transponder nummer das heißt also über diese nummer nur ein einziges flugzeug auf dieser welt hat eben diese einzige nummer das ist wie ein fingerabdruck dann haben wir den flight idee die flug nummer wir haben die latitude die longitude wir haben die höhe die altitude wir haben die anzeige aber seine höhe hält aber steigt aber fällt in welcher höhe dass er momentan sich befindet wir haben sie ja hier ist ja in 35.000 feet höhe wir sind dann so knapp über so um die 10 10 kilometer hoch ne so in etwa und wir haben die distanz zu meinem standort die beträgt also 119 kilometer wir sehen also hier die entfernungsangaben wie weit sich die flugzeuge von meinem standort entfernt haben oder sind hier sehen wir explizit mal etwas und zwar ist es eine eine r y r es dürfte eine rein er sein beziehungsweise eine lauter er könnte das sein ich habe sie jetzt einmal hier angeklickt so wir sehen aber jetzt hier nichts weiter außer die ico identifikationsnummer obwohl das hier ja alles dasteht ne also müsste eigentlich hier oben auch das karlsiken registration die ihr kraft manufaktur dort stehen tut aber nicht jetzt gehen wir einfach mal hierhin und schauen auf der landkarte welches flugzeug das ist denn ist es könnte die hier sein vielleicht wir machen das einmal schnell zu nein ist es oder ist es nicht moment wir klicken mal auf die hier machen das fenster zu und sehen dass es die mit 179 kilometer entfernung wir wollen aber die hier außen die hier wollen wir und das ist dann wird auch die reihen er 78 nb reihen er 78 nb das ist die hier mit 734 kilometer entfernung es ist ein phänomen in dem programm ich weiß nicht inwieweit es bei anderen adsb programmen auch der fall ist es gibt ja mehrere möglichkeiten adsb zu empfangen nicht nur hier mit dem quirks 3.2.1 so wir haben jetzt hier die 731 kilometer entfernung normalerweise heißt ungefähr 400 meilen oder kilometer da bin ich jetzt ganz etwas überfragt bei 400 meilen entfernung kämen wir auf 700 paar zerquetschte kilometer das wäre fiktiv gesehen das weiteste was machbar wäre vom empfang her ich bin mir aber nicht ganz sicher ich hatte glaube ich mal irgendwas gelesen von roundabout 400 kilometer wäre die maximale reichweite von adsb das heißt also dass diese maschine hier rein theoretisch dürfte ich die eigentlich gar nicht empfangen können weil sie eigentlich zu weit weg ist denn 400 kilometer das wäre also hier oben so bereich oberhalb berlin bremen bis düsseldorf so in etwa das wäre so ungefähr der radius ne so und wir schauen jetzt einfach mal auf diese maschine und es zeigt mir eigentlich auch dass diese maschine nicht dort ist wo sie mir gemeldet wird so jetzt ist sie weg so sie ist weg genauso wie diese zwei maschinen hier über den ärmelkanal die ich eigentlich gar nicht empfangen könnte jetzt könnte einer hergehen können sagen ja das sind über reichweiten oder das sind funkreflektionen aus der atmosphäre die eben zufälligerweise stattfinden nein das ist ein kack über reichweiten gibt es keine sagen wir mal ganz einfach labidar nein es gibt keine über reichweiten und reflektionen kann es bei der frequenz rein theoretisch eigentlich auch nicht geben somit gibt es eigentlich keine möglichkeit dass ich diese flugzeuge die mir hier gemeldet werden wir gucken einmal das sind also locker 700 kilometer schauen wir mal das sind die hier drüben 1400 hammer jetzt klicken wir die maschine hier mal an so hier haben wir auf blinken die ko nummer ja jetzt könnte jeder sagen ja momente mal wenn 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 der transponder diese nummer verschickt und du die empfängst dann ist die maschine auch dort wo sie dir auf der landkarte angezeigt wird nein das ist sie eben nicht in diesem fall ist sie es nicht jetzt schauen wir mal meldet er mir hier was die kutiks die quad ist eine quantax kontax er und die hier oben hüpfte dauernd rum magst du sagen wer du bist schauen wir mal das ist die hier ne bei 51 grad latitude 51 und longitude 2 wenn man das jetzt eigentlich so anguckt ne haut haut ist eigentlich hin latitude 51 und längengrad haben wir zwei london ist null das wissen wir dann ist eins hier und zwei ist da das kann man also noch abschätzen wer sich einigermaßen auskennt mit den längen und breiten graden und hier meine höhe ist 51 grad nord so und wir hatten ja auch gesagt dass wir hier bei 51 grad sind 51 6 ja das könnte hinhauen ne und schauen wir da noch einmal hin und ich habe aber festgestellt folgendes dass diese diese maschinen hier die ich wirklich im umkreis empfangen zeigen ein wunderbares muster an wie die flugstrecke ist also der kurs wird mir genau angezeigt und alle maschinen die ich nicht empfangen könnte eigentlich weil sie viel zu weit weg sind die haben immer solch ein zickzack muster und ich weiß es aus erfahrung weil ich jetzt das programm schon einige stunden haben laufen lassen dass zum beispiel wenn mir hier eine maschine angezeigt wird über über nord nördlich von paris die über den ärmelkanal käme oder gekommen wäre und dann ungefähr so diese richtung hier fliegt so wie meine maus jetzt geht ja wenn sie nördlich von paris ist dann müssen wir gleich nach ja nach markt redwitz beziehungsweise hier unten bei kam in der ecke müssen wir hier überall mal suchen und dann finden wir auf einmal diese maschine wieder aber nicht dass sie mir hier angezeigt wird nein obwohl der empfangs bereich ja hier gegeben wäre und die maschine 30.000 feet hoch ist also hätte ich gar kein problem sie normalerweise dass ich sie hier empfangen würde sondern ich habe das abgeglichen mit flight radar 24 und habe also hier geschaut wenn hier maschinen auftauchen und vor allen dingen hier oben auch dänemark da oben dann haben wir hier oben eine also das sind ja wie soll man sagen es sind meines erachtens irgendwelche darstellungs fehler momentan noch weil die flugzeuge in wirklichkeit nicht dort sind wo sie gezeigt werden und wenn man einen versatz her nimmt dann müsste man jetzt hier wir haben ein versatz von ungefähr 400 kilometer nach norden und ungefähr so 600 kilometer in etwa ein versatz von rechts nach ne von 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 links nach rechts das heißt diese zwei maschinen würden wir rein theoretisch im fly radar 24 vermutlich irgendwo in diesem bereich feststellen aber diese mühe mache ich mir jetzt nicht und ich quäle euch auch nicht denn wir haben schon 29 minuten hinter uns aber ich weiß vom entwickler dass dieses phänomen dass hier flugzeuge auftauchen die in wirklichkeit gar nicht momentan hier in wirklichkeit fliegen sondern sich ganz woanders hier auf der map in wirklichkeit befinden dass an diesem problem gearbeitet wird und es auch irgendwann gelöst wird wie das zustande kommt ob es ein programmierfehler ist oder ein umsetzungsfehler ist dass der transponder sendet seine signale die signale treffen irgendwo auf werden umgesetzt und werden dann vielleicht nicht richtig umgesetzt die signale das entzieht sich meiner kenntnis ich habe da keinen ein und durchblick wie das vonstatten geht wie das umgesetzt wird in der programmierung auf jeden fall ist es halt erstaunlich ja das maschinen geister maschinen hier auftauchen die eigentlich in wirklichkeit gar nicht dort sind wo sie angezeigt werden aber das ist vernachlässigungsfähig das ist also ein kleines manko sage ich jetzt mal momentan aber wie gesagt es soll ja behoben werden und man kann ja die maschinen auch löschen das ist ja auch kein problem und deswegen hängen wir uns jetzt mal an diese kleinen fehler gar nicht drauf auf sondern wir genießen einfach das programm wir haben 34 gemeldete flugzeuge das ist ja eigentlich schon ganz gut da kann man überhaupt gar nicht schimpfen ich finde es ein sehr sehr gelungenes tolles schönes programm vor allen dingen ein sehr vielseitiges programm und wir werden jetzt dann im nächsten video werde ich euch zeigen dass wir also nicht nur adsb empfangen können ich zeige euch das auch wie es mit dem dab wie mit am nfm wfm ssb nein ssb kann ich euch nicht zeigen weil das wäre kurzwelle und mein stick verarbeitet aber keine kurzwelle also können wir maximal wfm nfm am und db dab machen gut das heißt also wir werden hier ein bisschen was zusammenfassen je nachdem wie schnell dass wir durchkommen dass man mal ein zwei oder drei sachen zusammenfassen damit ihr seht wie das funktioniert und dass das prima und gut funktioniert ja liebe freunde schaut in die video beschreibung dort findet ihr auch nicht nur diesen einen link wahrscheinlich sondern mehrere links schaut rein guckt euch das an das programm ist kostenlos also momentan ist es kostenlos und wird auch geführt unter github ist also wirklich ein ganz ganz tolles programm und was ich ganz lobend erwähnen möchte ist dass der entwickler in einen seinen sitz in deutschland hat das finde ich ganz ganz hervorragend und wenn ihr dieses programm ausprobiert und ihr habt irgendwelche wünsche oder ihr habt irgendetwas etwas entdeckt was ja euch stört was umständlich ist in der einstellung ihr es wäre sinnvoller wenn man es anders gestalten würde oder ihr habt irgendwelche bugs gefunden dann könnt ihr auf der github seite dort im forum reinschreiben was euch stört was euch aufgefallen ist oder was eventuell verbesserungswürdig ist jo das soll es eigentlich erst einmal gewesen sein ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wünsche euch einen schönen tag nacht oder je nachdem wann ihr euch das hier angeschaut habt jo dann würde ich ganz einfach sagen wer es gut empfindet diesen kanal der möge ihn doch abonnieren macht die glocke dabei an dann seid ihr immer informiert was ich neues ja hochlade jo was gibt es sonst noch ja ihr könnt auch werbung für meinen kanal betreiben in der familie im bekanntenkreis im verwandtenfeld bei freunden in der schule auf der uni sonst irgendwo macht einfach werbung damit mein kanal publik wird so besteht die möglichkeit dass doch einige abonnenten noch dazu kommen würde mich natürlich sehr freuen drüber jo und dann soll es das erste mal gewesen sein und dann sage ich holtrio bis zum nächsten video tschüss bye bye rdvdg euer pvb ok